Es ist eine Beziehung mit Hochs und Tiefs, und zwar jene zwischen der EU und der Türkei. Aktuell sind beide Seiten um eine Annäherung bemüht. Deutlich wurde das bereits im Mai beim ersten Besuch eines EU-Kommissars nach den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in der Türkei. Die Erwartungen beider Seiten sind allerdings sehr unterschiedlich, berichtet Katharina Wagner. Die türkische Hauptstadt Ankara. Politisch hat sich der Wind hier nicht gedreht. Doch mit einem neuen Kabinett versucht Präsident Erdogan neue Töne anzuschlagen. Das betont auch sein Außenminister in Richtung EU. Ohne die Türkei kann die EU kein globaler Player sein. Es ist wichtig, die Verhandlungen über eine türkische EU-Mitgliedschaft wiederzubeleben. Auch eine Modernisierung der Zollunion und Visa-Leichterungen wünscht man sich in der Türkei. Hier seien schnelle Schritte möglich, betont der EU-Kommissar, anders als beim Thema Beitrittsverhandlungen. Die Kriterien, um das zu ändern, sind klar. Es geht in der Türkei vor allem um Fragen der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Den Flüchtlingsdeal mit der Türkei will die EU fortführen. 10 Milliarden Euro sind bereits geflossen.